Hallo meine Lieben, mein Name ist Soli, ich bin 35 Jahre alt und sucht der LP und ich freue mich für Lucky 5 wieder kommenden Sonntag für euch alle. Hallo, hi, ich bin's Tyra und ich bin wieder da. Es freut mich euch alle zu sehen und dass ihr da bald hier auf der Insel ganz viel Spaß haben werdet. Okay, ich versuch... Tyra, sei bitte leise, ich hab noch keinen Kaffee gehabt. Hey, Raya! Dann macht ihr das. Jetzt sei doch kein Spielverderber, Mann, die freuen sich schon alle. Sei bitte einfach nur leiser, ja? Okay, einfach nur einen Moment Ruhe. Dankeschön, also folgendes wollte ich sagen. Hallo, wenn du da... Sarah? Oh, wenn die Herrschaften kommt... Sarah? Was denn? Sarah, benimm dich. Hallo? Wenn da der starke Mann kommt... Nein, 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 nein. Die großen Muskeln. Kinder schauen zu. Große Muskeln? Oh mein Gott, nein, auf gar keinen Fall. Laura? Hallo? Hi. Sorry, kannst du mal bitte Platz machen, ja? Hallo? Ich mach grad ein Video. Oh, jetzt. Also folgendes. Diesen Sonntag... Das ist doch nicht euer Ernst. Kann man nicht mehr in Ruhe einfach mal eine Einreise machen, ja? Ruhe, auch ein Video machen. Wir sollen doch einfach alle Spaß haben. Aber hey, wenn irgendein Hugo mit Drogo kommt... Wenn der Hugo mit Drogo gut aussieht, dann nehm ich ihn auch, ja? Sarah, Kinder schauen zu. Oh mein Gott. Hugo mit Drogo, wenn ich den Namen schon lese. Sowas von out. Oh mein Gott. Der hat bestimmt überhaupt gar keinen Cent bei sich. Go, Dicker. Nein, 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 nein. Sieh, was ist los hier? Hallo? Isabella? Hallo? Es tut mir leid, ich bin ein bisschen verspäht. Ich musste mir noch die Haare machen. Äh, ich bin schon verschlafen. So sieht so schön aus. Okay. Und diese ganzen Tatsachen... Haben wir jetzt... Hallo, könnt ihr jetzt endlich mal ruhig sein? Ja, danke. Okay. So, also, okay. Sorry, jetzt mal... Okay, ist auch ewig lange gewesen, dass du hier irgendwie mal eine Einreise gemacht hast. Kannst du dich mal ein bisschen schämen? Ich hab Teamarbeit gemacht. Game Design Leitung, Support Leitung. Ja, 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 ja. Hey, jetzt lasst ihr doch gerne die ganze Zeit gearbeitet. Dankeschön. Ja, ist gut. Und jetzt sind wir noch mehr an der Reihe, okay? Ja, genau. Diesen Sonntag. Und weh, ihr kommt zu spät. Hä, wie viel Uhr ist... Warte mal, es war doch um, um, um... Warte, das war ganz genau um 11 Uhr am Sonntag. Ja. Am 21.11.2021. Gut, dass du meinen Text nimmst hier, bitteschön. Ja, das wollte ich selbst sagen, Sarah. Was denn? Okay. Sorry, Tara, aber du musst nicht immer die Hälfte... Ey! Roll jetzt! Meine Güte. Abmarsch. Danke. Ja, so chaotisch wird es vielleicht auch diesen Sonntag. Nein. Spaß beiseite, meine Lieben. Diesen Sonntag ist Einreise bis Open End hier bei Lucky Five. Mit einigen komischen Charakteren. Ja, ich freue mich wirklich. Bei mir ist es sehr lange her. Und ich hoffe, dass zusammen mit dem Team und der Flughafentruppe mir mit viel Geduld, Energie und Enthusiasmus hier bei euch dabei sein werden. Schaut ihr bitte zu als potenzielle Einwohner, dass ihr Mechanik beherrscht, dass ihr eure Charakterstorie bitte verinnerlicht. Und einfach auch guckt, dass eure Mikrofone einwandfrei funktionieren. Also keine Störgeräusche vom Mikro, keine Hintergeräusche vom Fernseher, Freund oder Freundin oder Mutti, ja, oder Katze. Und ja, wir drücken euch die Daumen ganz, ganz fest. Und hoffentlich sieht man sich bald auf der Insel hier bei Lucky Five. Bei mir könnt ihr das alles live sehen auf twitch.tv slash it's solely ab 11 Uhr. Ich freue mich und bis dann. Bye. Bis dann. Vielen Dank.